So, Matthias, was gibt's Schönes? Frische Kokosnuss. Eine frische Kokosnuss gibt's? Was kostet da eine? Kann ich dir gar nicht sagen. Ich frage erstmal, ob du das überhaupt leisten kannst. Bevor du da eine bestellst. Die sind direkt von den Hunden gepflückt. Und die kann man jetzt schön einladen. So ist das.